ARD Text im Auftrag von Funk Oh shit Ja, hast doch richtig weit verpasst, ne? Wie verhält sich Eis mit den Bällen? LOL, WAS? Ich war drin! Wie du dir das so vorstellst, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein Schon wieder eins Oh, ey Oh, ey Oh, was? Ich bin halt tatsächlich, ich hab das Loch getroffen Er rollt einmal den ganzen oberen Halbkreis entlang Und fliegt dann wieder raus Hast du wenigstens kurz den Kitzler mitberührt? Naja, nicht mal Also doch Ich hab ihn komplett... Nee, nee, du musst da rein War das denn hier auf Eis? Wie geht denn das? Oh, scheiße Das ist gar nicht so einfach jetzt Was passiert, wenn man da reinfällt, Peter? Warte Naja, okay, du kommst zurück Was? Nein, Lüge Oh fuck Es ist doch gar nicht... Du musst es ja in einem schaffen, aber das Ding bounce dich ja voll weg Ich bin auf der letzten Bahn, das ist ein bisschen doof Ich bin komplett irgendwo anders Bram hat das da gelockt Ich auch Oh nein Kann ich von hier aus direkt quasi... Bitte nicht, 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 bitte nicht... Scheiße! Ich lande um auf der falschen Ball. Jetzt mach ich aber weißt du hier ist... Ach, was ist denn hier los, Alter? Game of Thrones, oder was machst du? Da hab ich so krass vorgelegt und dann so nen Scheißjäger gemacht Triple bogey! Nice! Natürlich wieder ne Custom Map Christian geht langsam die Triple runter Alter, und du spürst da drei Steigen liegen gewesen. Ja, ich kann jetzt weiter machen, wenn der Ball anhält. Und ich komm nicht über diesen komischen Hummel hier rüber. Da musst du direkt rüber. Mit Schmackes. Ja, aber nicht gerade. Also, ich würde nicht gerade rüber gehen. Nein, nicht gerade. Ich würde nicht direkt dran vorbei versuchen zu gehen. So hab ich's gemacht und geschafft. Also, keine Ahnung, ob... Nee, natürlich mit Schmackes. Und nicht so weit links. Ihr verwirrt Christian total. Ich dachte, ihr seid da gegen die Bande gehauen. Machst du auf 11 Uhr. So, ich würde 23 nehmen. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen mehr als 11 Uhr. 11 Uhr 3. Ja, so ungefähr. Ja, jetzt fliegst du da doch. Und jetzt rechts gegen die Bande und direkt ins Wort, weil du nur noch einen Schlag hast. Ja, das stimmt. Ja! Und da haben wir noch einen geheimen Spoiler gesehen. Was ist das denn? Oh, ich glaub, das ist der hier. Alles gleich, ich seh das Ziel. Was ist denn das Ziel? Ist das das hintere? Guck nach für euch, Freunde. Tschüss. Ich glaub, das ist das, was wir gerade hatten, oder? Ja, das vordere Ziel ist nicht richtig. Wir müssen also hier wieder runter. Alter. Ich hab wieder zu lauten Lens geschoben. Das heißt, man muss direkt reinfallen? Das ist doch nur wieder... Oh, lol. Das war schon mal scheiße. Oh. Das wird nicht leicht. Ja. Alter. Man hört's nur klackern. Ja. Alter. Nein. Kaiser. Ja, ja, ja. Ach, Mann. Nein. Nein. Mein Gott. Oh, 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 oh. Mit auch noch den Ecken. Du darfst nicht mehr bis zum Rand rollen. Da geht's dann auch noch runter jetzt. Ach komm schon, ich bin draußen. Jay, schlag da einfach ein bisschen weiter nach links oben. So 23 Uhr. Ja, so wie Dennis das gemacht hat. Ach komm schon, ey. Boah, Alter. Du musst den Hang mit einberechnen, Jay. Ich bin tot. Ja, hab ich immer. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Wie kann ich denn zweiter sein? Welche... Und dann, Jay? Was ist das Ziel? Da ist das Ziel. Alter, was ist das denn jetzt hier? Ah, verdammt. Den macht man so. Das kann nicht wahr sein. Nein! Und ich fall runter. Das ist ein Scherz. Skandal fast schon. Mann, schon wieder! Ach komm, diese Map ist für'n Arsch, Leute. Also da kann nicht der Map-Bauer was für, aber ich halt gerade. Das ist schon ein bisschen schmiesiger als das. Ich bin hier noch in der Ecke gelandet. Aber das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ist auch interessant. Mal nicht diese Hole-in-One-Bahn zu haben. Ja. Hier muss man noch arbeiten für seine Löcher. So ein Trials-Ding ist das hier. Aber dabei hast du eine gute Laune-Musik. Komm schon! Fall runter! Ja! Noch weiter! Ich bin schlecht, ey! Nee, Dalu! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ah, der Trickster noch, ey! Für die Zuschauer! Der Richster, ey! Der Richster, ey! Der Richster, Junge! Ah, kommt mal auf die Serie vor. Ah, komm mal auf die Serie vor. Okay, ich leg nicht vor. Au! Ich leg auch nicht vor. Au! Man muss ganz rüber! Ach so! Hole-in-One! Easy! Lol! Echt jetzt, Christian? Echt? Echt jetzt? Jetzt ehrlich? Ungeluch? Das ist superschwer. Das ist echt nicht einfach. Das ist nur genug, nur genug Geschmackes, aber nicht zu viel Geschmackes. Das ist echt gut. Ja, das ist gut! Ja, das ist gut! Das ist superschwer! Wo geht's denn dann nach links hin? Wieso? Ja weiß ich auch nicht, du bist an der Rampe abgeprallt Ich hab's auch schon mal geschafft quasi aus dem Stand einfach zu fliegen Man bleibt hier wirklich, du kannst nirgends wo liegen bleiben Ja, krass Nein Ich rolle noch, und wo bin ich denn? Jetzt hatte ich natürlich den perfekten Speed Paar ist hier übrigens 2 Ja, ist ja auch theoretisch möglich Ja, das ist Paar 1 eigentlich Jetzt aber Ja Ich hab schon wieder 12 Ne, ich dachte noch Heiner Ok, ich bin raus Heute ist dann halt richtig die Punkte Ich will ihm mal einen Vorsprung Da mit seinem 1 Oh, Braam Braam ist es doch Darum sparen wir nicht die 2 Pflege Kann ich sein Also der hat 5 Also Einfach machen Nein, nein, nein Stopp, 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 stopp Nein Einfach mal machen, so startet unser Vlog aus Dem zwei Tagen Heißt einfach machen? Nein, so startet der Wo du sagst, einfach mal machen, ne Weiß gar nicht, was ich gesagt hab Also wieso ich das gesagt hab Nein, nein, wieso ich das gesagt hab Weil ich dich gerade da mit meinem Handy anleuchte Und wir davor gesagt haben H5, easy Hab ich gesehen Wo ist das? Das ist doch ein ganz langer Weg, Leute Soll ich von dir auch bis dahinten hinspringen? Wer geht denn den ganzen Berg hoch, ey? Da denkst du gerade darüber nach Wenn ich von der Musik hier echt irgendwann Krebs krissen Dann geht los mit Ja, ne Was? Wer wird denn den ganzen Baum hochgehen? Den ganzen Weg, ey Doch mal den anderen zurück So, und jetzt? Ja, jetzt geradeaus und durch den nächsten Loop Über die nächste Rampe Okay Also ist ein weiter Weg Ist ein ziemlich weiter Weg, ja Nein, nein, nein Oh Jetzt könntest du es auch noch versuchen direkt, Christian Ja Dann hast du, glaube ich, auch nicht mehr über Wieso hast du eigentlich überhaupt diesen Looping, diesen Weg gemacht? Wieso denn nicht? Dalo hat doch gesagt, hier musst du lang Hast du Dalo nicht verarscht von dem Podest mit Zirgnisloch schießen können? Das ist die Strecke Also er ist ja auf der Strecke Dalo hat dich nur verarscht, damit er vorne ist Ja Alter, richtig fies Jetzt von dem Podest einfach direkt Das ist richtig fies jetzt von Dami Ach, warte Wow, das war die letzte Schlacht Das ist jetzt echt asozial Den hatten wir schon Okay Und ich habe die Rampe wieder unterschätzt Ja Okay Ach, scheiße Trotzdem noch ein Boogie geschafft, weißt du Verdammt, scheiße Ich bin so versehbar wegen diesem scheiß Blatt hier am Anfang Du kannst nah heranzoomen, ne? Oh Ey, kann das Ding Ist das Ding einfach klein und ganz nah dran Und man denkt, das ist im Hintergrund Ja, genau Wird man voll beschissen, weißt du Das ist nicht voll Hä, ich fach voll durch Achso Ja, du kriegst Da kam gerade übrigens keine Anzeige Von wegen Birdie oder Ne Oh, what the shit Oh, easy Oh nein, ich konnte Nice, Peter Der war richtig gut Hä? Fuck you Boah Stimmt, man hat keine Anzeige bekommen Nice, Bram Ach, schade Weil das Park bei 1 lag Und für 45 Nice, Feder Oh, gibt es dann keine Bezeichnung Nice, hast du es Ja, mit noch einem Schlag Ja, Christian hat es Boah, 5 Schläge, ey Ein bisschen mehr Schmackes Bei Christian Eieiei Die Moral ist gebrochen Nachdem Danu Christian verarscht hat Ja, ich verstehe Ich habe ihm die Strecke gezeigt Ich finde das auch krass Er weiß genau, dass er dir direkt so ein schlechtes Gewissen einreden kann Deswegen versucht er das jetzt Hat das schon geklappt? Das habe ich nicht nur versucht, das habe ich schon geschafft Ja, wirklich Das ist halt leider die schlechteste Eigenschaft, die Jay hat Ein Arsch zu sein Ja Welche ist das richtige? Ja, da habe ich so tolle Eigenschaften Weißt du, weil ich nehme einfach mal da drrrr Ja, ich nehme einfach mal keins Kann ja auch mal nehmen Okay, das war richtig Nee, ich habe eins genommen, geil Nee, es gibt ganz viele, oh mein Gott Dalu, du bist ein Arsch Was denn? Ich habe nur geraten Du bist ganz vorne Ja, ich bin auch am Loch schon Ja, wir sind ganz hinten rammel Dalu weißt immer zufälligerweise Ja, ja, ich habe die Web gerade runtergeladen Ja, dann würde ich jetzt auch sagen Ja, ja, du zwölfst doch schon, Dalu Bei dem Count hier Du zwölfst doch schon Habe ich als einziger drei gebraucht Ah, nee, ihr seid noch nicht fertig Wir müssen noch ein Stück Wie assi ist denn die Strecke, bitte? Ja, die ist halt echt richtig Komplett assi Finde ich halt schade, dass da ein Random Factor drin ist Ja, das finde ich auch nicht so geil Das macht es halt echt nicht gut Er ist halt nur beim ersten Mal ein Random Factor, oder? Ja, aber dann ist es halt langweilig Danach ist der Zauber raus Woran bin ich denn jetzt hängen geblieben? Die Strecke ist nicht perfekt gebaut An deinem Ego-Faktor Nee An deinem Ego Da würde er gerade vorbeikommen Schon wieder, ey, der Ego ist echt groß Die beiden Dinge sind nicht perfekt aneinander Also da ist zwischen den beiden Bahnteilen ist eine Lücke Die siehst du sogar Oh, nice Alter Warst du nicht leicht so, Bram? Ja, Bram, warum bin ich so? Ah, ja Hier lang Oh, der war gut Der war echt gut Nicht Irland Irland Oh, das wird eine 2 Oh, lol Oh, lol Nein Steh bleib, steh bleib, steh bleib, stopp Alter, ich bin aber echt gerade Verkackst du wieder auf den letzten Metern? Ach, nee Wir sind schon bei den letzten Metern, wir sind bei der Hälfte, oder? Ja, wir sind bei der Hälfte, und die Web gerade habe ich ja mega verkackt Na ja, wir haben das falsche Loch genommen Das freut dann manche Leute gar nicht Das war Pech Wie steht's denn gerade eigentlich? Oh Ist doch relativ eng Komm ich hier drüber? Ach, bestimmt Doch, ich glaube schon, aber Alter, Jay und ich haben exakt gleich geschlagen Nein Ja, super Ja, super Ja, super Bleib stehen Bitte, 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 bleib doch Oh, nee Da ist eine Lücke in der Bahn Da ist eine Lücke in der Bahn So, anscheinend kann man ja auch schon alles rotieren lassen Dann rotieren sich ja Bahnteile Ja, das war auch in der einen In der Piraten-Map war das schon so Ja, aber da war so ein Holzbrett, ne? Ach, nee, da war auch schon ein rotierender Bahnteil Dass ein Teil der Map rotiert ist Links oder rechts? Geradeaus Ja, warum denn nicht? Hätte ja auch sein können Ja Oh Gott, das ist Assi Nein Das hat mich wieder zurückgebracht Hä? Lol, ist das Assi Ja Nein Es gibt hier echt Nein, 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 nein Nein Oh nein Oh, viel zu weit, holy shit Okay, wo geht das jetzt hin? Ey, nicht in den Baumstamm, oder? Es geht nicht in den Baumstamm, da Was für ein Baumstamm? Ist das ein Baumstamm? Sich verhaschen die Schläge alle Achso, lol Ich dachte, dass er einen Ruping Das ist ein Fass Wie ein Fass So redet man aber nicht über seine Marmer Dahinter ist ein Baumstamm dran Wie? Hinter uns ist ein Fass, wenn das ein Looping wäre Nein Da ist aber auch ein Baumstamm Oh, wie fies Oh, wie fies Oh, wie fies Oh, wie fies Ich muss teilweise echt die Steuerung anprangern Wenn man einmal auf Schlagen gekommen ist Man nicht mehr zielen kann Ja, das finde ich auch nicht so geil Nein, nein, nein Nein Ah, komm hier Ja Boah, das ist aber schwer die Map gewesen, ey Bleib stehen, bleib stehen Ich habe noch einen Schlag Schade, wenn du das verkackst Verdammte Scheiße Boah, Alter Bram hat's knallert durchgezogen Alle haben aber auch jetzt hier 10 gesammelt, ey Und das war Par 5, ist klar Wir suchen alle noch Moment Noll, du kannst echt Oh Gott Jetzt bin ich gespannt Du kannst aus dem Schlagen wieder raus, Christian Mausrand bewegen Ich bin jetzt auch da unten Ja, aber das ist cool, wenn du da unten bist Echt jetzt? Ja Okay Oh, du liegst ein bisschen schlechter als ich, ne? Oh, einfach Achso Das ist sogar der Trick Oh, fuck you Also, aber wie gesagt Du kommst aus dem Schlagen raus Einfach am Mausrand drehen Geil Da bin ich jetzt echt hängen geblieben Du Huren-Map Oh, Scheiße Nicht darüber, nicht darüber Oh, danke Jetzt habe ich so viele Punkte dafür liegen lassen Komm, komm Scheiße Komm zu uns, Jonathan Komm zu uns Wir erwarten dich Komm, Peter, komm Nee, nee, ich komme nicht mehr Also, was haben wir denn hier? Fertig gekommen Fuck, ey Viel zu viele Punkte liegen lassen Ja, da habe ich diesmal versucht Den Den Kopf-durch-de-Wand-Move zu machen Geht meistens in die Hose Den Bram-Move Außer man kann Dann geht der nicht in die Hose Pech Auf der einen Ich bin echt Letzte Ach, Gott, ey Ach, das geht Ist ein Scherz Bram ist nach rechts gegangen Und da nur nach links Und es ist unlucky, ey Ich komme nicht mal bis zu Nein, lol Ach, ich sag mal besser nix Das sind Löcher Nein, nein, nein Das ist ja viel zu weit Oh, das war gut Das war echt gut Oh, ich fühle mich gerade richtig geil Ich komme ja zurück Ja, Ditto Nein Du musst da oben liegen bleiben, ne? Das ist das Schwierige Oh, das wird hart Oh, das wird hart Oh, das ist echt hart Oh, das ist echt hart Oh, das ist echt hart Oh, der ist komplett verkackt Oh, und wieder runter da, du Oh, ey, und hey Ja, das ist echt ein ziemlich schwere Web Muss ich ja sagen Wie hast du das Ding gemacht, Peter? Ja, da seid ihr schon dran vorbei Gab eine Abkürzung Okay, die Frage bleibt die gleich Richtiges Speed ausgesucht Wie ging das jetzt mit dem Schlag abbrechen, Dalu? Mausrad drehen einfach Mausrad Ach, komm, ich hab's drauf hier Vielleicht hab Frauen schon was gesehen gerade Ich lieg gut Oh, schade Okay, das ist da jetzt nochmal genauso weit, ne? Er sucht er gerade, oder was? Er wartet Ich hab's, glaube ich, gesehen Als ich rausgeflogen bin Das kann nicht sein Haben wir dir irgendwas gesehen, oder sowas? Da ist es Da ist ein geheimes Loch, ey Fuck, ich komm da nicht hoch, Mann Da ist, es gibt noch ne Komm da echt nicht hoch, so ne Scheiße Peter hat das Ende der Web auch nie gesehen, glaube ich Jo Da kommst du nachher aus, genau in dem Loch Ja, aber man kann das schon von Anfang an hinschweren Hast du ne Eins gemacht? Ja, das Ding ist direkt hinter dem Stil Das ist zwei Zentimeter hinter dem Stad ist das Loch Das ist so nicht gewollt, Peter Ja Wer guckt und sich mit der Map auseinandersetzt Wird halt belohnt, wa? Das waren mal eben 13 Schläge für Peter, die er gut gemacht hat Das Geile ist, dass ihr gar nicht reagiert habt Ich hab nicht mal als letzter geschlagen Das ist doch gar nichts gesagt Oder? Ne, das wär ja ganz schön dumm Ja, ja Wie straight ist das Ding? Na, man kann oben liegen bleiben Oh, das ist aber fieses Loch Was ist das Loch? Na Ach, das ist das Loch Ganz schön flaches Loch Haha Shit Das ist ja gerade zu spüren bekommen Alter, Vater Oh, da haut der aber einen raus Jeder, jeder Schlag zählt jetzt Ach nee, 14 holst du eh nicht mehr Kommt drauf an, wenn ne gute Map wiederkommt Kommt nochmal Boah, ich bin wieder zurück Und Peter auch Und Christian auch Alles klar Eine Runde extra Eine Runde extra Boah, das ist auch wieder ein richtig flaches Loch Das ist auf dieser Kran Hä? Das ist richtig flach Was ist denn das Ziel? Das ist ja richtig sick Wir haben gar keine Zeit eingestellt, kann das sein? Doch Ja, das läuft nach oben rechts Läuft, die wird mir gar nicht angezeigt Wo läuft denn da ne Zeit? Okay, alles klar 4 Minuten 7 noch Da läuft keine Zeit Bei mir läuft keine Zeit 5 Minuten habt ihr noch, alles gut Kein Stress, Freunde Alter Vater, ey, das war richtig mies Ja, ich glaub nicht Wobei, ich will halt Chris, dass da du die 14 hatten Und Peter die 1 sind Trotz nur 5 Schläge Und sich der beiden sind Ja, du warst vorher bei den Maps immer besser Ich hab schon zwei 14er gesammelt Aber Peter hat auch einen Echt? Peter hat auch einen? Ja Das können wir doch bekannt vor Okay, ist das das, was ich sehe Oder ist das nicht das, was ich sehe? Nein, du machst hier so'n Kennst du hier diese Kugeldinger Die man damals hatte Dieses Holzding Wo du bis zum Ziel kommen musst Wow, ich bin unten gegen so'ne Mauer geflogen Echt jetzt? Aber da kommt der Snobby schon, ey Hallo, Freunde Na gut, das ist jetzt auch wirklich Ja, du hättest mir das nicht erzählen dürfen, Dalu Welche hätte er dann sonst was gemacht? LOL Kein... Paar Ich bin wieder rausgeflogen, aber mir zählt... Wurde es als Paar gezählt Ja, du hast die... Du hast die Area berührt Nein, 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 nein Ja, du hast die... Ich war nicht mal im Loch Du hast aber die Area berührt, die als Loch zählte Die hat er dann nicht optimal gesetzt Weil er nicht davon ausging, dass einer so nah ans Loch rankommt und ich trifft Ja, offensichtlich Komm, Peter, das ist ein Paar Fünf jetzt Das wird jetzt richtig brutal Warte mal, das ist jetzt die letzte Map, oder? Oh Oh, Dalu setzt alles auf eine Karte Naja, das war nicht gut Oh, das war zu schwach Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen Was ist denn überhaupt das Ziel? Ne, darüber ist falsch Fuck, das war zu schwach Oh, Leute Das ist die alte Map Auch zu schwach Äh, da wo Bram liegt, lag ich... Ne, Moment, da lag ich nicht Scheiße, jawoll So schwach Ach, ich da... Ich muss nicht auf diese Zwischendingen da rein Ne, das war die Map vorher Ohhhh Ich hab die ganze Zeit versucht, da reinzuschlagen Ach komm schon, ich hätte da rüber gemusst Ach komm, jetzt komm ich da nicht rüber Ach, fick dich doch Ne, ich hätte von vorne... Peter, du bist auch schon eigentlich zu weit Okay Okay, das war's Ja, komm schon Von der Rampe, wo Bram das auch versucht, wäre sinniger gewesen Ich hole hier aber 14, dummerweise Da, bumm, Junge Hallo, Dalu, willkommen, mein Freund Ich komme da nicht rüber Das ist jetzt zum Kotzen Wenn der getroffen hätte... Ah, shit Ne, da hätte ich nicht mehr machen müssen Ah, Dalu, ich hab das mit der Rampe gemacht, das war voll klug Ja, das habe ich dann erst gesehen, als ich drüber war 14 14 Oh, aber immer noch von Dalu Ja, ja, ja Deutlich, ey Drei Schläge Das ist ja quasi... Ist ja quasi riesig Ach, das ist die letzte Runde gewesen Ja, das ist schon deutlich, Peter, aber die vier Schläge von Mr. J Aber die Paar-Anzeige auf der Strecke ist nicht optimal gelöst, ey Was für eine Anzeige? Die Paar, also gespielt wird die Bahn mit 46 Schlägen Da sind wir alle nah dran Ja, knapp Achso, jetzt checke ich, was du meinst Aber das lag auch nur in den 14er-Maps Rechne mal die zwei 14er raus Ja, da hast du 28 Schläge schon weniger Dann bist du schon in der Nähe Ach, dann bist du so bei 80 Gut, wir bedanken uns Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß Hier, den hier drücken und haut rein Tschüss Tschüss